Lage nach Jamaika aus, das gab es noch nie Stand, 20.11.2017, 16 Uhr, 47 Uhr Seitenanfang. Kanzlerin Merkel ist durch das beispiellose Jamaika ausgeschwächt, findet ARD-Korrespondent Thomas Kreuzmann. Dass die Regierungsbildung noch Erfolg hat, sei wegen eigener Interessen der Parteien unwahrscheinlich. Ich tippe auf Neuwahlen. Video Thomas Kreuzmann, ARD Berlin, zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen Tagesschau, 16 Uhr, 20.11.2017, Video mehr zu diesem Thema, Weltatlas, Deutschland ihre Meinung, Meta.tagesschau.de Bisher keine Kommentare, zur Meldung alle Kommentare, Anzeigen oder einen eigenen Kommentar hinzufügen. Schlagwörter der Meldung, Jamaika-Sondierungen Regierungsbildung いたatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat